Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Vlog-Cola. Ich bin gerade am Set von Villa der Liebe Staffel 2 und ich bin richtig aufgeregt, denn ich habe gleich meine erste Szene. Und ja, ich habe mich gerade ready gemacht, ein bisschen geschminkt, aber meine Augenringe, die kann man einfach nicht wegmachen. Seid ihr ready für die erste Szene, lieber Fahrer? Ja, also ich gehe jetzt auch wieder nach Hause, ganz normal. Übrigens vlogge ich mit meinem Handy, weil ich keine Vlogging-Cam habe. Wir schauen jetzt mal, was die anderen machen. Hi, na? Da hinten der Handwerker, der Gärtner und Ellen, der Bettler. Oh mein Gott, bei mir ist es heute eigentlich relativ langweilig, weil ich wenige Szenen heute hatte, morgen habe ich mehr. Nathan, bist du bescheuert? Er ist gerade von da unten hier reingesprungen. Ist dir dabei? Mach nochmal, es ist gut, es macht Spaß. Ja, bitte mach es nochmal, ich will es aufnehmen. Also ich bin mir zu langsam im Rufwärtsalto machen. Ja, natürlich übertreiben. Wir machen gerade Fotos und hier sieht man mal das Haus von außen. Nice. Wohin willst du? Ich bin hier in Hollywood Hills. Motherfuckers. 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 Hollywood Hills. Falsch schön. Pause. So, wir fruten jetzt und Ravioli mit Salat und es sieht leider nicht so ästhetisch aus. I'm sorry. Bei dir ist es besser. Ja. Wie spät erst, ne? 10 Stunden. How to spring runter. Es gibt kein Zurück. Ich sag nur auf einmal, sondern einfach schön da so mit sich reinspringen. Ist ja easy und dann halt eine Arschbombe und unten aufmachen. Ten years later. Do it. Oh mein Gott. Also irgendwie habe ich Bock, das morgen auch zu machen. Es ist nicht hoch. Soll ich es auch morgen machen? Laura? Äh. Disgusting. Disgusting? Wenn du da runterpringst? Englisch schmerzen wir nochmal. I don't know. Warum nicht? Dangerous. Dangerous. Oh, that sounds good. Ich bin Leben am Limit. Ich bin Leben am Limit. Deswegen. Ich braue es sonst. Die beiden spielen hier Tischtennis. Was machst du? Ich guck zu. Nein, ich guck zu. Gestern hatten wir hier so einen richtig krassen Himmel, aber jetzt ist nicht da. Und? Cool. Der leuchtet. Der Pool leuchtet? Was? Der Pool leuchtet? Nein. Echt? Ja, der leuchtet? Nein. Das war Tobi, wie er sich darüber wundert, dass der Pool leuchtet. Ey, ich komme nicht darauf klar, wie schön es hier einfach ist. Es ist so richtig, ein richtiger Traum hier. Ich bin eigentlich so mehr der Meermensch, aber die Berge sind auch ganz schön. Heiner? Hallo. Wollt ihr Hallo sagen? Hallo. Jeder spielt hier was. Hoch. Wir chillen gerade am Pool. Da hinten werden noch ein paar Szenen gedreht. Und oh mein Gott, der Mond geht gerade so schön auf. Richtig toll. Ja, auf. Ist doch richtig. Oh damn. Oh damn. Oh damn. Wir sind gerade alle am Pool. Da hinten sind die anderen. Und hallo. Ist für meinen Vlog. Ich schwöre, es ist so ein Feeling hier. Die anderen da hinten, die wollen alle nicht reinkommen. Wenn du das abgetrunken hast, umgekippt. I'm sorry. Sorry im Pool. Mächeln bitte. Und ich stand ja mal so in der Mitte und ich hab von allen Seiten irgendwie so Spuck ins Gesicht gekriegt. Der ist so sauer auf dich. Der auch sauer auf dich. Oh mein Gott. Es passt für mich hier alles so. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.